Alles klar. Moin, wie geht's euch? Alles klar, alles gut. Guck mal, sag ich keinen Namen. Sag ich keinen Namen. Heutan. Guck mal, wir haben einen Deal jetzt. Wir haben einen Deal, okay? Guck mal, ich werde meine Musik weitermachen, ich werde meine Videos drehen, ich werde meine Touren spielen. Und ich werde das auf meinem Instagram promoten und dies, das werde ich alles machen, damit meine 20-jährigen Fans das mitkriegen, wenn ich was mache. Für alle anderen im Internet, für alle anderen, die ihren Mund aufgerissen haben im Internet. Und ich sag jetzt extra keinen Namen, weil das nämlich trotzdem zur Polizei geht. Talha, homie, du Hurensohn. Du Hurensohn. Wenn ich auf deiner marokkanischen Mutter, auf deiner marokkanischen Mutter keinen Schlitten fahre, ich heiße nicht Manuelsen, okay? Falls einer jetzt denkt, es geht um ABK, geht's natürlich nicht, okay? Ich meine natürlich nicht ABK. Ich werde auf deiner Mutter, werde ich Schlitten fahren, du marokkanischer Bastard. Ich fick deine Mutter. Und du, du anderer, der da hingeht in seinen Twitch-Stream und darum geht, Manuel, du bist 50 Jahre alt, du brauchst Rolato, du brauchst Rolato. Ja, ich fick deine Schwester, du Bastard. Deine Schwester werde ich dir ficken. Ich fick deine Mutter und die andere Mutter fick ich auch. Ich fick euch, ich fick eure beider Mütter, wie ihr da seid. Ich fick auch die, die euch zugucken. Die, die euch zugucken, die euch supporten, die sich eure Community nennen. Ich fick Anik, Immen, Kildeten. Ich fick von euch allen, die Mutter fick ich. Ihr seid alles Hurensöhne. Hurensöhne, ehrenlose Bastarde, so wie ihr auch selber sagt. Das ist keine Beleidigung von mir. Ich meine natürlich nicht ABK und ich meine natürlich auch nicht heikel. Fick ich eure beide Mütter, die ihr da seid. Und wenn ihr Männer seid und wenn eure Väter, wenn eure Väter Männer in eure Mütter gespritzt haben, dann macht was dagegen. Macht was dagegen. Macht was dagegen. So, dann denkt ihr, eure Internet-Community macht mich als Mann aus? Meint ihr, ein Boxkampf macht mich als Mann aus? Meint ihr, weil ihr im Internet Videos macht und sagt, du bist fast 50 Jahre alt? Meint ihr, das juckt mich? Ich fick eure Schwestern, eure Mütter, eure Tanten, eure Cousinen. Was ihr wollt, ich fick von euch. Ihr namuslosen Hurensöhne, ich fick eure Schwestern. Ich fick eure Schwestern, der Kullik. Hört ihr, was ich sage? Hört ihr, was ich sage? Ganz einfach. Es geht natürlich nicht um Heikel und es geht natürlich auch nicht um ABK. Nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Ich bettel nur gegen imaginäre Bots. Ich meine natürlich keine ehrliche Person. Nur damit ihr das versteht. Und die ganzen anderen, die ankommen und die ganze Zeit mir diese komische Nachrichten schreiben, ABK hat dich so, ABK hat dich so. Ich habe nichts gegen ABK. Ich habe nichts gegen ABK. Aber diese beiden Bots, diese beiden Bots, die da im Internet die Umwelt schreiben, nicht, ich fick eure Schwestern. Eure Schwestern fick ich euch. Okay? Und wartet ab. Wartet ab. Wir wären nicht die Männer, die wir geworden sind, wenn wir Angst vor Gefängnis hätten. Wir wären nicht die Männer, die wir geworden sind, wenn wir Angst vor Gefängnis hätten. Und ich habe keine Angst vor Polizei. Bei Anikel Dauleka, Mann. Versteht ihr, was ich meine? Anikel Dauleka, Mann. Und dich fick ich auch, du tunesischer Bastard. Geht und macht weiter Witze über Schwarze. Ich fick dich und ich fick den anderen. Hört ihr, was ich sage? Natürlich meine ich nicht heikel und nicht ABK. Nicht, dass es einer hier falsch versteht. Okay? Ich fick eure beiden Mütter, fick ich. Eure beiden Schwestern, fick ich. Eure beiden Schwestern, fick ich. Ihr sagt, jetzt fängt der Spaß an. Hey, Halla fängt der Spaß an. Jetzt fängt der Spaß an. Oh, der geschlitten. Hey, so schlitten. Schlitten, schlitten. Ich fahre auf das, was ihr Namus in eurer Familie nennt. Anik, Immen. Anik, Immen, Anika. Eure Schwestern, fick ich. Hört, was ich sage. Und jetzt bleibt auf diesem Dildo sitzen. Bleibt auf diesem Dildo sitzen. Ich fick eure Schwestern. Wala. Merhaba, Lejiten.